johann und willkommen mein name ist dann die röpe ich habe ein vogel getötet vor ist okay und diesmal 45 dann ist zu ende wir können auch hier das wird dann auch unsere tügel sein unser volk war mal leer keine ahnung wenn ihr wisst wie wir uns neue waffen herstellen wir finden heute nicht mehr raus erstmal überleben wir haben schon einige tage nicht gestorben noch nicht nur fast nah dran warum stimme kannst du da reinkommen ich versuche mal ein paar tier umzubringen da noch der feuerzeit auf stromrechnung margen kaputt hier sind noch ein paar beeren haben ein vogel und vielleicht meine vogel ist nicht da gerade abgeschlachtet habe hier aber so hämmer irgendwie ist noch nicht in deiner hasenfall rein muss er da irgendwie was rein platzieren vielleicht und die angelockt werden da ist auch schon schwarz geworden hat fleisch aber ist das einfach kann man essen ja man bringt nichts ich mache erst mal kurz belastung also jetzt schon wieder so weit ja dann ist ich eben blumen aber ich habe eine echsen rüstung so ein handschuh vogel 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 ich bin ich die blätter da rein ich will fleisch da rein jetzt mach ich besser für dich jetzt hallo ich habe hunger hallo ich habe hunger trinken wir können uns mal so eine zweite wasserstelle holen so endlich hallo hallo nachbarn habt ihr noch mal kurz ne ich glaube ich habe gerade deren eigentum gemacht so blau aber also ich habe jetzt zwei rüstungen ich bin jetzt unbesiegbar und jetzt wieder solche typen kommen ja doch einfach den angriff mit meinen handschuh stöcke habe ich auch keinen platz mehr gibt es ein stocklager irgendwie soweit ich bin voll da warte ich die baumstämme ja noch alle sammeln einfach so rumliegen ich kann nur zwei tragen lächerlich im real life tue ich mindestens fünf tragen da finde ich richtig gut ich glaube ich habe irgendwie alle baumstämme die wir haben die verbrauchen wir schon direkt jetzt hier die ganze tasen um die gegend der ist wortwörtlich gerade an deine falle vorbeigelaufen wortwörtlich oder nicht was anderes ich benutze meine stöcke um das stocklager zu bauen vogels bei dem haus gelandet sagen wir hier das ist ein stocklager dann er hat er hat es meine arten falle hier können wir unsere stöcke rein tun wir haben immer so viel stein ich sollte mal gleich gucken ob irgendwie was damit bauen können haben wir schon leidt haben ein vogel warum stellen und warum stand da jetzt werde ich jetzt brauchen können wir die hier einlagern hier ist hier können wir unsere stecker rein tun und passend auf 95 baumstämme nach was ja ich bin auch wenn wir es aus dem schlitten damit ist stellen werden ich habe ich habe bekommen kannst du das ist auch ein kopf oder ich habe ich habe doppelt so viel wie du zwei der vogel wurde getötet unter natur nicht nur dazu und zu ernähren ja alles wir sind komisch nicht gegner glaube ich wir sind am first an sind genau bei uns hier gerade wo wir gerade sind willkommen nicht mal noch einmal wir machen aber irgendwie nichts außer uns zu beobachten dass mich ein roh ich packe nur baumsteine ein ok 90 so ein kopfgrad von ihm abgehakt wie ich das getan habe ich mich mal kurz ich tue nur die baumstimme das bestimmt kam irgendwie dafür die ganzen tiere töten ich kann keinen kopf mehr tragen kann auch kann auf einem feuer gegrillt werden was alle drei getötet ich habe mir zwei gesehen ich glaube dass er abgehauen ist ich habe mich nicht abgehauen ich habe mir ruhig schafft manns doch dann bin ich jetzt aber nicht nett das zu behaupten das nehme ich persönlich so mein schnitten ist voll ja das ist unser dörfchen hier 84 82 80 kann auch ein bisschen nach aber in dem pad müssen wir fertig werden eigentlich und so anstellen ich habe baum ausgesammelt kann man sagen wie so eine explosion irgendwann mit steinen bauen können wir haben so viele eigene wand eigenes dach eigene treppe pavillon knochenzaun baumhaus baum aus signalflagge kletter sei holz seil kran ich sehe noch im hintergrund die bäume alle auf feuer stelle ist gut wenn wir brauchen soll ich mal bauen da brauchen wir zwei baum stimmen und 68 steine damit machen sollen müssen der vorder ich kann nämlich keine steine mit fragen das ist ein geeigneter ort nicht aber hier ich weiß jetzt nicht wo jetzt sagt ihr die vorderseite ich mach doch mal hier ich mach doch mal hier da geht wie der typ war bei mir am stillen das ist schlimm ich müsste mal was kochen alle unsere steine rein da ja scheiß doch ich hab jetzt mal die ringelblumen und das aloe vera gegessen ich glaube das ganze fleisch sollten wir immer erst da rein tun wenn wir gerade was essen wollen wenn uns verkauft hat gemacht schon so oft schwarzes fleisch irgendwie gegessen jemand kann man es nur essen weil wie wie sagt man ja im lego an ich brauche mehr rüstung komme er ist weg wir brauchen irgendwas um das fleisch zu trocknen ja habe ich glaube ich gesehen irgendwie so ein trockenlager oder irgendwie sowas ich gucke mal ob ich eins bauen kann hat sieht so witzig aus dem hintergrund immer einfach die bäume wir einfach wenn ich hier gerade irgendwie das büchlein aufhabe feldlager knochenkorb feierkorbel trockengestell da ich denke mal crois Estado ich muss im selben lager vorher ja dann bräuchte mal hier übrigens deine schubkarre steht auch draußen trockenlager jetzt gebaut hier ist noch ein teil vom saug fertig denkt man dass das so ziemlich mit der einen seite fast fertig bin ich probiere mal hat lager aus ich koch mal ob ich da hängen kann eine steine aus ganz hier reinpacken ja ich komme ein hallo ich nehme so mann hält da reinpacken man ist da doch sofort wenn man das kocht man kann das rohrfleisch dahin hängen ja später das rohrfleisch dahin hängen ich habe ja noch der echsenfleisch da kann ich dahin hängen es wird langsam dunkel ich habe mal empfohlen wird heute kann ich erzählen vorgeflag schon mal nicht also man kann hier ich kann dir die ganzen leichten teile die ich hier habe dahin hängen das geht auf jeden fall also ich kann halt den legoren dahin hängen und noch den kopf und den arm die ich noch habe bringt uns das den haben wir getötet wenn wir schon übernachten noch nicht ganz aber wir können mal speichern weil speichern ist ziemlich immer das wichtigste überhaupt ich bin noch gerade draußen habe ich noch eine fackel verbessert der stock habe ich ja da der verbesserte stock damit kannst du auf jeden fall alle speichern ich bin ohne speicherst du bist ja der host also immer noch nicht immer wenn das hier dunkel ist geht da der richtig ab so gegnermäßig ich glaube auch schlappen ich habe mir das wille gebaut da ist und geschlafen geschlafen ja auch gott morgen unsere charaktere warten wahrscheinlich nur bis es wieder helle wird ich habe noch es geht nicht schlafen erwartet ich habe noch ein bisschen fleisch übrig dass ich noch gut und ich habe noch erst mal das feuerchen an frühstück hat den arm einfach so dahin hängen aber heute gibt es abends zum frühstück ich habe noch zwei baum stimmen da kann ich muss mein karren ich sollte ungefähr auch da hast du ihn hängen gebracht ach steine kann damit auch gefördert du hast du hast einen sauberes finde sauberes wasser zum trinken ja nicht schlecht mal fragen vielleicht haben die ja noch was das wasser ist nicht gerade sauberes da war kann es trinken ich glaube sogar kann ich nicht an alkohol einfach trinken aber ich glaube dass da aus dem alkohol und stoff glaube ich ein wort kommt cocktail bauen kannst soll ich mit dem bollock top cocktail haben wenn ich lust habe passiert hier so dagegen kann man irgendwie diese bomben stimme ja auch entfernen wir sind mal so bauen stimme im buch also ich habe gerade geschlagen da gibt man aber nichts also ich habe einen knüppel keine keule in einen typen nicht zwar noch nicht benutzt aber du hast gerade ein baum gefällt oder hört man im ganzen wald wie ist das eine sprichwort noch mal nur ein baum fels und wo man gehört ist irgendwie so was ich habe keine ahnung vielleicht wissen es ja die leute den kommentaren schreibt sie die kommentare wie geht der spiel weiter ich habe es nicht vergessen so viele baum stimme noch nicht habe ich gerade gesehen wenn ich glaube ich besser für die vögel erst mal meine lage stelle so was können wir jetzt hier machen ich kann damit nichts machen da habe ich fleisch ich glaube da können wir uns zielen zu hinstellen auf 74 baum stimme ich werde mir nicht fertig hier sind wir insgesamt ja das ist trotzdem viel ich muss mal jemand hier weiter trinken wenn ich mich an euch anschleiche bringt das nichts ja problem hat mit der feuerstelle hier können wir wahrscheinlich unsere medizin in diesem schaden können wir unsere medizin und auch unsere alkohol rein tun noch perfekt hatte ich bin mir sicher dass die zwiller abgeschossen da noch kleine steine älter die runde zwei zwiller sehen steinschleuder ja ich habe jetzt das war cool ja so bei den typen damit zu töten ja ok wo ist fleisch ich habe schädel das hat olivera kann man essen samen wartet endlich ein da wie macht man hat ja so haha wenn ich konnte ich mal da einpflanzen ja ding liegt schon stunden da welcher voll sind wir eigentlich jetzt bei der vierte folge da ist die dritte ist gleich vorbei habe ich aber nicht getroffen obwohl der tag auf mich drauf gefallen ist das ärgert mich jetzt gerade ein bisschen da dass ich ja das ist ein scherpfaschen gesetzt habe man kann die probleme auch wieder entfernen ja ja ich habe jetzt kaputt gemacht ich mache den neu da habe ich eine sehr gemacht ich mache ein paar baumstimmen es war dann können wir ein paar bänden ich habe nämlich den alten habe ich jetzt gerade kaputt gemacht ja das habe ich gestört vogel ist genau so eine kacke letzten geld scheine reingepackt ganz auf die blätter nutzen die eine seite schon voll abgeholzt doch wir wurden werden mit dem und der wand hier fertig hier in dem part okay die fehler konnte ich auch einsammeln in seinem winde gewählt na gut ich würde sagen wir wenden party jetzt muss ich auch noch trinken ausgelandet ich sehe noch wie so eine fehler mir vorbeipflegt okay wir werden jetzt wieder wieder wenn wir endlich hoffentlich haben wir fertig machen ja 62 ja hoffentlich ja bis zum nächsten mal